Ja, da bin ich auch noch mal durch YouTube und zwar habe ich mich doch noch mal umentschieden, was die Rutsche angeht. Ich werde mir jetzt doch Ende des Monats, also ich werde mir jetzt doch Ende Dezember die Box mit dem CD-Player kaufen. Und mit der Rutsche muss ich gucken, ob ich die überhaupt noch rute oder ob ich mir statt der Rutsche einfach noch eine Hüpfburg rute und vielleicht noch eine Fußball-Dartscheibe. Aber auf jeden Fall hole ich mir jetzt Ende Dezember doch die Box mit dem CD-Player. Auf jeden Fall hole ich mir jetzt Ende Dezember doch die Box mit dem CD-Player und dann gucke ich nächstes Jahr, ob ich mir eine Fußball-Dartscheibe noch hole und vielleicht noch eine Hüpfburg. Aber auf jeden Fall hole ich mir jetzt Ende Dezember doch die Box mit dem CD-Player und dann gucke ich nächstes Jahr, dass ich mir vielleicht noch ein paar kleinere Sachen zum Aufblasen hole. So wie ich vielleicht eine Fußball-Dartscheibe noch eine kleine Hüpfburg, was ich alleine auch bewältigt kriege. Weil ich habe ja eine große Rutsche, die ist ja auch auf dem YouTube-Kanal, die ist ja riesig und die ich mir jetzt kaufen wollte, die ist quasi genau gleich groß. Also die Rutsche, die ich jetzt habe, die ist 5,5 Meter hoch und 6 Meter lang und 4 Meter breit. Und die ich mir kaufen wollte, die ist 7 Meter lang, 4,5 Meter hoch und 4 Meter breit. Also die ist quasi genau gleich groß, wie die Rutsche, die ich jetzt habe und ich habe ja eine große Rutsche. Und ich gucke dann, dass ich mir vielleicht nächstes Jahr noch eine kleine Hüpfburg hole und noch eine Fußball-Dartscheibe und vielleicht noch ein, zwei Sportmodule. Und vielleicht noch ein paar Zipfel, das gucke ich dann nächstes Jahr. Und auf jeden Fall kaufe ich mir jetzt Ende des Monats doch die Box mit dem CD-Player. Okay, dann sage ich mal bis die Tage. Mal gucken, wenn ich das nächste Video mache. Zipfel.